Ich hänge an der Hausbahn fest. LOLL! Wie viele sind da bitte? HAH! Da waren vier Stück! LOLL! Ich hab einen mit der Granate erwischt. Oh fuck. Ich hab das Gefühl, die sollen jetzt hier zu mir kommen. Das heißt denn, wo sind vier Stück? Wo sind die denn? Alter, hab ich die grad zugesprayt. Ich hab vier Stück umgebracht. Und das hier war doch das Rappel? Ja, und da kamen die grad alle raus, wie die fliegen. Was war das denn? Was war das denn? So. Das war so. So, Samuel. Jetzt haben wir genug Zeit, dass du mehr klären kannst. Du weißt nicht, was ich daran so lustig an Leopold Lau. Oder das auch immer. Leopold für Lau. Das hört sich an wie so'n Angebot. Ja, Leopold für Lau. Da ist der Ding wo bei mir rum. Ja. Die haben jetzt sogar meine Weste ausgezogen. Was ist denn mit denen? Die wollten sehen, was sie holten. Oder das, was du sehnt, da, da. Richtig los! Was du da drunter so Feines anhast. So, jetzt beliebt mich bitte wieder, danke. Da hat sich, er hat irgendwas angehalten, Junge. Fahrzeug! Oh, ich muss jetzt erst mal zu dir rein. Oh, ich kann nicht zu dir. Ich komme, ich komme hier, ich sterbe. Ich habe ihn doch geschafft, aber da ist noch einer. Ich habe keine Bode. Wo ist er? Ich habe zu schütteln, da ist ein MG. Ich gehe erst mal irgendwo rüber. Was? Was geht denn? Er tut. Ja, mich auch. Was ist gerade geschehen? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, da war eine Strombegleitung im Weg. Ach, man kann da gar nicht durchfliegen. Nein, von mir ist la la la. Nein! Das habe ich auch gefragt. Ja! Alles klar. Guck und wieder bin ich verreckt und nicht du. Das war eben mal ganz anders. Wie geil ich ins Haus reingeflogen bin. Gott sei Dank. Das hast du auch gesehen, oder? Ja, ich habe das gesehen. Kurz vor der Tür und zack. Ja, das war eigentlich ganz geil. Loll! So, wie er da. Loll! Was denn? Ja, ja. Ey. Tim ist gerade nicht zugegangen. Wo ist Tim? Ich habe Tim gekrabbeln angehen, die kommt so auf. Ja. Was hat er getan? Alles klar, wie ich hier aufgeklatscht bin. Der ist... Ich kann dich nicht wie die Koffel. Ich kann dich nicht wie die Koffel. Oh Gott. Das gefällt mir nicht. Ja, kann ich nämlich... Das nächste Mal nehme ich mir eine RPG-Mail. Spann ich nichts mehr aus dem Fahrzeug raus. Ey, das kann mir doch schon egal sein, was ich hier mache. Nervt aber. Ich bin tot, Junge. Ich bin tot, Junge. Guck mal, wie der mich zugesprayt hat. Die letzten Wards in einer Soldat, die sind die Wahl. Du mal getestet. Dach, ich habe Dach. Ich habe Dach, ich habe Dach. Das ist für geiler, dann liegt jetzt. Nein, ich habe Dach. Ich bin tot. Loll! Ich... Können wir bitte den Server suchen? Saphir und so nicht erlaubt sind. Vorsicht, Handgranate, Handgranate. Der hat eine Handgranate geworfen. Zwei Leute getötet. Loll! Da kommt einer auf. Da kommt zwei auf. No! Holy fuck. Ist der noch nicht tot? Nein, der hat mir meine Waffe abgenommen. Ich lebe wieder. Junge, was soll ich machen? Ich habe keine Waffe. Da sind zwei. Ich muss jetzt. Ich muss jetzt so tun, als wäre ich tot. Alter, das ist eine... Eine Pistole mit... Ich konnte gerade... Ich wollte die Waffe da aufheben, aber es ging nicht. Der konnte sich nur selbst heilen. Ist jetzt wieder jeder tot von uns? Nee. Alter. Ich habe wieder getötet. Hey, ich... Ich dachte, du wärst gerade auch wieder. Ja, ich bin gerade durch den Boden wiederbelebt. Aufwand nehmen. Mit Matt. Ja, der hat mich... Der hat mich wiederbelebt, obwohl der Feind noch bei mir war gut. Das konnte er ja nicht wissen. Ich überlebe dich gerade. Ja. Und wenn du dachte, ich habe es schon wieder krank, aber... Ich jetzt. Ich bin wieder tot. Ich spreche jetzt einfach alles mit Kredat. Das ist mir scheißegal da oben. Das ist mir scheißegal, Junge. Jetzt frisst das. Du hast eine Klamm. Ja, ich habe zwei umgebracht. Weg mir an. Gott her. Loll. Juck, du hast dich selbst auf den Brat. Was geht dir an? What the fuck? Wo liegt der denn, Samuel? Ich weiß es nicht. Ich habe einen Gottverlust. Ich habe einen Berg. Du wirst jetzt sterben. Nee, ich habe einen Krill. Ich habe einen Krill. Ich habe einen Krill. Ich habe einen Krill. Das ist der Schlotter. Ich habe einen Krill. Auf mich doch nicht. Du wirst jetzt nicht mehr sehen, was ich gesehen habe, ey. What the fuck? Ich kann ja nicht mehr sehen. Ich habe eine Granate gehört. Ja, genau. Alter, das ist ein Krill. Ja, ich bin schon. Get team killed! War ich das? Ich will das nicht. Get team killed! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Ich werde, glaube ich, sowas von verdient. Junge, das war das Schlimmste, das war das Schlimmste, das Schlimmste, das Schlimmste, den wir jemals hatten.